Herzlich Willkommen zurück, schön dass ihr da seid, ich bin's, euer Sly und hier sind wir, unsere Bekannte, die Buzz and Kitty Cat. Wait, you know Buzz and Kitty? Yeah, we swapped dolls a while ago, back in Darkham. Well, that sounds perfectly normal. Unlike what you are doing to the fishies, you, you bad, bad people! Hm, ich mag Fische nicht einmal, Kitty is Fische. Kitty eats Fisch, you hate her too? Well, she can't help it, you dum-dum, can she? She's a carnivore, that's natural! What you are doing is not! True enough, she's just a cat. And you're just a kid. I don't pretend to understand anything about you peep, you kids. But I do know that at your age, you should be playing with dolls, not handling firearms. Come on, just hand it over. He stole the commentary! But you are not getting this gun, so step off, Grandpa! Oh, not you too. I'm, I'm really not that old. You are old! And you stink like dead, rotten fishies! Fishies you probably murdered with your stinky, murdering hands! Actually, they were already dead. And they rained down on me like ironic, putrid offerings of the heavens. I can't tell if I'm more bored or annoyed with you at this point. I don't even like fish. I mean, I don't like eating them. I've got nothing against them. So then why are you killing so many of them? Again, not a cultist. But it might have something to do with whatever the butcher was working on in this very building. Yeah, well, we'll shut some light on that situation soon enough. Hm. Na dann, Pikachu ist ja top. Hab nur ein Auge drauf. Ähm. You really shouldn't be in here alone. What do you think of your parents? They think I'm still in my bedroom. I made sure of that. Can I ask where you got that huge gun from? Hm. Knockouts when cultists later in my way in here. Anything else? Äh, maybe later. Ich glaube, sie glaubt uns nicht ganz so. I'm really not a cultist. My name is Don. Don Archetype. Hm. Don doesn't sound like what a cultist name would be. I figured they'd all have names like... Kenny. Jebediah! Jebediah? A bit too biblical, but yeah, I can see that. Do you believe I'm not a cultist now? Not entirely. You'd better actually prove it. All right. I'm game, I guess. What are you thinking? If you're really here for the reasons you say you are, we're both looking for the same thing. The Butcher's Laboratory. Chop, chop! I'll be supervising from up here. Sounds like a plan. Uh, Miss... Priscilla? Priscilla? I'm sure! Get to it! Okay. Priscilla ist ein bisschen pisst. Ein kleines Mädchen hat mir eine Waffe vorgehalten, die halb so groß war, wie ich selbst. Wir suchen beide nach dem Gleichen. Das Labor des Metzgers. Ich muss ihr Vertrauen gewinnen und die Handfeuerwaffe von ihr bekommen. Sowohl, weil ich sie brauche, als auch, weil die Situation mich nervös gemacht hat. Hm. Wir haben einen Hebel. Und wir werden ihn benutzen. Ich weiß noch nicht, was er tut. Ein schönes große Hebel hier. Sieht, dass das Suspension-Mechanismus überprüft wird. Wir gehen erst mal runter, weil da unten gab es ja noch Dinge, die wir uns anschauen konnten. Außerdem ist es jetzt auch ein bisschen mehr Licht. Das ist ja auch gar nicht so schlimm. Guck mal, wir haben einen Motor. Wir wollten die Luke ja eigentlich wissen. Das ist korrekt. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was raus. Ich bin nicht so sicher, ob ich da rein möchte. Wir haben einen Hebel. Wir haben noch einen Motorhebel und einen Einlassmetil. Wir schicken das Einlassmetil erst mal. Wir haben aber keinen Motorhebel, ey. Oh, Benzin. Wirklich Benzin. Was ist das für eine Fabrik? Nee, dann ziehen wir doch mal dran. Nachdem wir geschaut haben, was für seine Vergangenheit ist, was wahrscheinlich nicht vorhanden ist, aber here we go. Pull it. Needs fuel. Ich bin nicht überrascht, aber haben wir da was stehen? Oh mein Gott, sie klettert da oben. Wir könnten es losschrauben. Wir könnten es losschrauben. Ich kenne Kung-Fu. Aha! Es ist eine heavy, schlossene Tür. Hm. Eine große, schlossene Tür. Eine schlossene Tür. Vernietet. Vernietet kann ich nicht lösen, oder? Ich glaube, das sind Bohrer. Hm. Da muss ich auch fast von Ort sein. Haben wir irgendwelche Informationen? Well refrigerated, er sagt. Mehr liquid nitrogen. Mehr liquid nitrogen. Okay, das Gerät muss gekühlt werden. Jetzt habe ich schon verstanden. Da kann ich gleich irgendwie... Wie nice ne Ribbets? Okay, wäre zu schön gewesen. Das verstehe ich. probably could, if my hands were bare hands. Ha. Die haben wir im Hebel. Wow. Ja, ich weiß, ich habe eine Brechstange oder Bohrer im Inventar, aber ich habe oben noch einen Hebel, den ich nicht gedrückt habe. Wir müssen ja erstmal die Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Bevor ich mit neuen Dingen anfange. Nichts passiert. Aber guck, wir haben eine weitere Funktion. Ich wollte eine dieser riesigen Metallrohre absenken, aber der Motor braucht Treibstoff. We need fuel, baby. We need fuel. Ich zieh einfach auf gut Glück dran. Keine Ahnung, ob die Welt dabei untergeht oder sonst was. Wir ziehen erstmal blind an dem Hebel. Fühl ich hart. Eine riesige... Imposante Tür, die ich mir natürlich anschauen will. Das ist eine impressione, gigantische Tür. Ja, ich sehe mich nicht in dieser Tür öffnen. Warum nicht? Locken! Locken! Ich bin der Schlaf! Schlaf! Locken. Von der Insel. Hm. Was ist der Schlafverreich? Ich habe nicht wirklich erwartet, dass ich die Matrisse und Pillen hier liegen, aber da sind sie. Maybe they had an overpopulation problem. Place seems empty now. Ach. Sleep more, work more, rise more, sleep more, work more, rise more. Okay, wir haben sehr ambitionierte Leute. I don't want to touch any of them. Ja, fühl ich. Okay, here we go. They're screwed in tight. How won't help? Wir haben Elektro-Werkzeug. Danke für die Technologie. Es war ein Bohrer. Wir meckern nicht, wir gehen da jetzt ran. Was soll schon passieren? Eigentlich müsste das Mädchen uns auch fallen. Ich steckte in die Seite und fühlte meine Töne instantlich Chatter. Das war ein Kind of Cryo-Roman. Ich bringe nicht Priscilla, wie sieht's bei dir aus? Es ist das Kind, Priscilla. Sie ist ein tough cookie, ich will dir das erzählen. A tough cookie. Aha! Ich mach das nicht. Nothing to report yet. All kinds of junk. The industrial flavor. Ich finde ja einige Beschreibungen in Englisch einfach so viel schöner als Deutsche. Ja, jede Menge Müll mit Industriegeschmack. Anstatt Industriemüll zu sagen, na, jede Menge Müll mit Industriegeschmack. Es sieht, wie es in die Körner wurde in etwas wie ein Russ. Was ist hier passiert? Ja, was ist hier gehappnet? Okay, sie haben es eilig. Wovor sind sie geflüchtet? Ja, bei einem Inventar und nimm es doch einfach. Benzinkanister. Ich brauchte Treibstoff. Du bist im Benzinkanister. Ich weiß, ein paar Maschinen, die danach rufen. Wo sind die anderen Zuschauer? Die sind alle hier im Chat? Entweder mit dabei oder sind im Eide. Kommt, Papa. Sweet Gasoline. Sweet Gasoline. So eine schlimme. Point und Click ist jetzt bei der Stammzuschauerschaft anscheinend nicht so beliebt, aber das ist mir egal. Ich streame auch für zwei, drei Leute. Oder vier, fünfhundert. Mir ist das egal. Flüssigkeit in einem Rohr. So riessteuer. Was ist das? Super bleifrei. Oh ja, mittlerweile. Es gibt ein blaues Liquid inside this tube. Liquid Nitrogen, perhaps? Ich weiß gar nicht, flüssiger Stickstoff, blau? Nee, ist eigentlich glasklar. Wie Wasser. Wahrscheinlich Eiswürfel. Das ist wirklich cool. Schöne Eisanspielung. Weil... chillen. Sie geben mir die die kaltes Schulter. So viel wie die Kubi haben Schulter. Ich glaube, sie haben wahrscheinlich vier Schulter, wenn du es denkst. Würde Sinn ergeben. Schneemals werde ich das anfangen. Das war Wasser, bevor es cool war. Oh Gott, sind die Wortspiele gut. Oh, noch mehr. Ich sollte es mit diesen Wörtern kohlen. Okay, wir haben da auch wirklich vier rausgeholt. Weiß. Nicht genau bereit zu kümmern. Naja, Eiswürfel eigentlich schon, ne? Es sieht doch so aus, als müsste ich erst das von der anderen Seite befüllen. Es sagt Hudsuras above. Whatever that might mean. Nobody knows. Es ist ein soft hum emanating from it, so, ich assume, es funktioniert. Kriegen wir noch Informationen? Ich sage dir, was ist weg? Einer ist entkommen? Wovon? Sind das Köpfe? Wahrscheinlich von Entwicklern oder sowas, die sich dasselbe eingebaut haben. Oh. Kann sonst nichts, ne? What the fuck? A jolly good day to you, sir and young miss, if day it indeed be. You'll forgive my disorientation I trust. I've been hauled up in here for quite a while. I suppose thanks, Renora, for opening that blasted door. Totally appreciated. Eeeeee... Yeah? No offense, but who or what are you? Oh, do forgive my rudeness. Allow me to introduce myself. I'm quite sure that my name is Otis, but I'm afraid much of my biography is as much a question mark to myself as it is to you. I'm not wrong in surmising that this is the first time you're engaging in conversation with the human-octopus hybrid, correct? Yeah, I'm, uh, I'm kind of at a loss for words here. Don't worry, Mr. Octopus Person. I like you. You're kind of a fishy, so you're okay. Ha ha! Well, yes, young miss. I assume I am. Aren't I? Please, call me Otis. Nice to meet you, Otis. I'm Basoa and this guy over here is Don. He's a private detective. Private, ah. Yes, she believes me. But anyway. Ha ha! Habe ich nicht kommen sehen, bin ich ehrlich. Hmm. What, uh, what can you remember, Otis? I do remember my name was Otis and I, well, I died. I'm afraid I can't remember the circumstances. I did wake up at the hands of these persons that were operating on me. Strange sensation, to be sure. But I was alive again. Quite a blessing, sir, I assure you. Ha 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 ha! You have, uh, quite the positive outlook on life for a talking head. How could I not? I was dead and now I live! Is there a greater joy imaginable? I think not! That's a refreshingly positive attitude. Thank you! I was always an optimist and as you can see, good things have happened to me. Indeed. I think that's the wrong film, Pikachu. What can you tell me about the people that did this to you? Well, everything's a bit foggy, you understand? All I can remember are masked men rushing about with all kinds of strange instruments. Their speech was muffled, so it was pretty hard to make anything out, I'm afraid. Dang it. I do remember them referring to me as a dry, if that helps at all. Hm. Ja, aber was verbindet man mit Tentakel alles? Krakenrum, natürlich. Der gute Krakenrum. Und Oktopus, sehr lecker. Gegrillter Oktopus, sehr lecker. A dry. Any idea what that means? One can only assume it has some negative implications, but that's pure speculation on my part. That's really funny, that dude. Do you know where the laboratory is? Yes, I do. You don't want to go in there, do you? Indeed. We're chatting away when we should be getting out of here at this very instant. No one's going anywhere until we reach the lab. Oh dear, I must be frank with you, young miss. I intend to leave the premises as soon as possible and suggest you do the same. Come on, Oda, work with us. You ain't got to go back in there, just help us get in. Oh, heavens. Well, I suppose I owe you a debt of gratitude. The laboratory is right outside this chamber and to the right. Danke, Otis. Gibt es noch mehr? Mhm, 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 mhm. Wir nehmen das, äh, Flüssigkeitsstickstoffspray. Man weiß nie, wenn man etwas coolen will. Insta-Freeze. Neat. Insta-Freeze beschreibt es tatsächlich gut. Falls man sich mal von Dingen lösen muss. Man kann direkt etwas einfrieren. Take it, brother. Only this can keep the things at bay. Was sind die Things? Also irgendwas ist ja, irgendwas ist fishy hier. Oh. Guck, ich hab noch eine weitere Information. Ich hab's in die Fabrik geschafft, wenn der Metzger drin ist. Kleines Kind mit Waffe. Wesiger Motor. Motor braucht Treibstoff. Dieser Fall ist bei Weitem der verrückteste, an dem ich je gearbeitet habe. Ohne Zweifel. Ich habe gerade Otis getroffen. Ein Hybrid aus Mensch und Krake. Er sagt, die Tür zum Labor ist die große direkt vor dem Kryo-Raum. Vergiss Waffen. Ich rücke jetzt mit flüssigem Stickstoff ran. In sprühbarer Form. Na, damit könnten wir irgendwas einfrieren und einschlagen. Das ist schon okay. Aber wir schauen uns jetzt Otis nochmal an. Ja, es ist Otis. Oh, das beschreibt es wirklich. Tu es einfach. Komm später wieder. Also, ich mag seine Einstellung. Da war Otis anscheinend drin. Von vorne wieder. Oh, nichts passiert. Mit Priscilla kann ich auch nicht mal reden, oder? Und da kam mir eine Waffe. Nice. Vergiss Waffen. Okay, das ist gestrichen, weil ich nicht mehr bedroht werde. Fühle ich. Können wir noch miteinander reden? Nichts, was noch zu informieren. Oh ja. Okay, okay, okay. Was ist das denn? Es ist ein Container mit einem liquiden Nitrogen für alle deine Insta- Mhm, mhm, mhm. Es ist eine Schuhe, die ich von diesem Kind, Pazilla. Was eine wehrte Welt, wir haben. Na dann... Wir haben eine Maschine. Ich bin ehrlich, wir haben eine Maschine und ich möchte Treibstoff reinschmeißen. Ich habe ein Einlassventil. Ich möchte es benutzen. Drink up, big buddy. There you go. Ja. Und ob wir den Hebel ziehen und was passiert, sehen wir in der nächsten Folge. Nein, dieser Cliffhanger. Macht's gut, euer Sly. Ciao. .